Hallo E-Scooter Freunde, willkommen zu einem neuen Video von 3pscooters.de Ihr Premium Partner für E-Scooter Reparaturen und E-Scooter Ersatzteile Vorab ein kurzes Video über unseren eigenen Scooter Mehr Infos gibt es auf 3pscooters.de Und danach geht es mit dem Reparatur Tutorial weiter Viel Spaß dabei Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.